Hier zeige ich Schritt für Schritt, wie man bei einem Rollladen so einen klassischen WIP-Schalter gegen eine Zeitschaltuhr austauscht. Du erfährst, wie man ganz einfach den WIP-Schalter entfernt und stattdessen eine Rollladen-Zeitschaltuhr einbaut und richtig anschließt. Bevor wir was an der Elektrik machen, sorgen wir erstmal dafür, dass hier kein Strom mehr drauf ist. Dafür kann die entsprechende Sicherung im Sicherungskasten ausgeschaltet werden. Als erstes entfernen wir dann den alten WIP-Schalter. Der Abdeckrahmen kann vorsichtig mit einem Schraubenzieher herausgehebelt werden und dann mit der Hand nach vorne abgezogen werden. Hier haben sich Rahmen und die beiden Schalter bereits zusammengelöst. Die lassen sich aber auch trennen, sie sind nur gesteckt. Den Rahmen benötigen wir später gegebenenfalls noch für die neue Zeitschaltuhr, aber dazu gleich mehr. Als nächstes lösen wir diese beiden Schrauben. Damit werden die beiden Krallen, die den Schalter in der Wanddose festhalten, gelöst. Anschließend können wir den Schalter nach vorne herausziehen. Die drei Kabel, die zu dem Schalter führen, entfernen wir als nächstes. Hier nochmal der wichtige Hinweis, dass an dieser Stelle alles stromlos sein muss. Die drei Adern können herausgezogen werden, indem jeweils die entsprechende Klemme gedrückt gehalten wird. Jetzt ist der alte WIP-Schalter komplett entfernt. Ich hole hier einmal sämtliche Adern aus der Dose heraus, damit man den Anschluss besser nachvollziehen kann. Von oben, vom Rollladenmotor kommen hier vier Adern an. Einmal der blaue Neutralleiter, der grün-gelbe Schutzleiter und zwei weitere Adern, schwarz und braun. Sie sind für die Auf- und Abbewegung des Rollladens bzw. des Motors. Von unten, also von der Zuleitung, kommt ein dreiadriges Kabel. Hier haben wir den blauen Neutralleiter, den braunen Außenleiter, auch als Phase bezeichnet, und den grün-gelben Schutzleiter. Der bisherige WIP-Schalter war nur mit den drei freiliegenden Adern angeschlossen. Für eine Zeitschaltuhr benötigen wir zusätzlich zu den drei Adern noch den blauen Neutralleiter. Dafür können wir die Klemme an den beiden Neutralleitern austauschen, um hier noch eine weitere Ader abzuzweigen. Hier bei mir wurde bereits eine 3er Vagoklemme benutzt. Eigentlich unnötig, da bisher eine 2er Vagoklemme auch gereicht hätte. In dem Fall muss ich jetzt die Klemme hier nicht austauschen. Falls bei euch eine Lüsterklemme verbaut sein sollte, kann ich die Vagoklemmen vom Typ 221 für drei Adern empfehlen. Dann benötigen wir noch einen kurzen Verbindungsdraht. Hier kann ein kurzes Stück vom Neutralleiter eines anderen Kabels benutzt werden. Passend gekürzt und abisoliert. Den Neutralleiter verbinden wir jetzt mit den anderen beiden Neutralleitern. Dann kommt unsere Zeitschaltuhr zum Einsatz. Hier haben wir eine Klemme mit einem Pfeil nach oben und eine Klemme mit einem Pfeil nach unten. Dort wird die schwarze Ader und die braune Ader, die von oben vom Rollladenmotor kommen, angeschlossen. Dazu in ein paar Sekunden noch mehr Details. An die Klemme, die mit L oder L1 bezeichnet ist, kommt der Außenleiter, also die Phase, die braune Ader von der Zuleitung. In die Klemme, die mit N bezeichnet ist, kommt unser blauer Neutralleiter. Der grün-gelbe Schutzleiter wird nicht an der Zeitschaltuhr angeschlossen. Er verbleibt wie er ist, das heißt er ist über die Vagoklemme direkt mit dem Rollladenmotor verbunden. Ich habe hier als erstes den braunen Außenleiter an die Zeitschaltuhr angeschlossen. Bei dieser Zeitschaltuhr gibt es noch die Klemme C. Die benötigen wir in diesem Fall aber nicht. Sie ist für eine dezentrale Rollladenmotorsteuerung. Aus dem Grund gibt es aber eine Drahtbrücke zwischen C und L1. Die soll laut Bedienungsanleitung erhalten bleiben beim direkten Anschluss vom Rollladenmotor, wie hier der Fall. Wenn der braune Außenleiter angeschlossen ist, folgt noch der blaue Neutralleiter an die Klemme N. Auch er ist ausreichend fest. Jetzt fehlen nur noch die braune und die schwarze Ader für die Auf- und Abbewegung des Motors. Bei mir ist die schwarze Ader für die Aufbewegung des Motors. Das kann aber durchaus auch andersherum sein, denn es hängt unter anderem davon ab, wie herum der Motor eingebaut ist. Er kann sich auf der rechten oder auf der linken Seite vom Rollladenkasten befinden. Im Zweifel hilft ihr einfach ausprobieren. Wenn die beiden Adern vertauscht sind, ist die Bewegung vom Rollladen lediglich andersherum, als die Taste auf der Zeitschaltuhr es vorgibt. Kaputt geht dabei nichts. Nachdem jetzt alles angeschlossen ist, verstauen wir die Kabel und die Zeitschaltuhr in der Unterputzdose. Sie muss tief genug sein, damit die Zeitschaltuhr Platz findet. Denn im Vergleich zum VIP-Schalter ist die Zeitschaltuhr etwas größer. Wenn alles in der Unterputzdose verstaut ist und gerade ausgerichtet ist, können wir die beiden Schrauben rechts und links festziehen. Ich hatte bereits im Vorfeld das Bedienelement der Zeitschaltuhr entfernt. Spätestens gleich müssen wir das sowieso machen, um den Abdeckrahmen zu befestigen. Das Bedienelement kann vorsichtig nach vorne herausgezogen werden. Wenn die beiden Schrauben festgezogen sind, können wir als nächstes den Schalterrahmen wieder aufstecken. Prinzipiell kann man hier natürlich auch den Rahmen verwenden, der mit der Zeitschaltuhr geliefert wird. Er passt dann aber von der Optik wahrscheinlich nicht zu den anderen Schaltern im Haus. Ich habe deshalb hier meinen vorhandenen Abdeckrahmen verwendet. Dafür benötigt man dann gegebenenfalls noch einen passenden Zwischenrahmen. Sie werden nacheinander aufgelegt und halten dann durch das gesteckte Bedienteil der Zeitschaltuhr. Wenn wir jetzt die Sicherung wieder einschalten, sollte die Zeitschaltuhr Strom bekommen und sich der Rollladen problemlos rauf- und runterfahren lassen. Wenn dieses Video nützlich war, freue ich mich über einen Kommentar oder wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Vielen Dank fürs Zuschauen! Danke fürs Zuschauen! Mother Use das Gericht! Deine Kennt. Wie verlebEMt! Ich habe Eden! Untertitelung des ZDF, 2020